Hallihallo meine lieben Style-Ranking-Leser, ich bin Lennart Braunschweitz, ich bin Jugenddesigner und ja, jetzt bin ich wieder auf der Fashion Week unterwegs, dieses Mal leider ohne Show, aber für euch werde ich jetzt den absoluten Style-Trend-Reporter spielen und mal ein bisschen mich umschauen, was hier so los ist. So, ich habe jetzt wieder eine neue stylische Person entdeckt und hi erstmal, ich bin Lennart. Hi. Erzähl mal was über deine Kleine, du bist sehr gut, was dich aufgetragen und was hast du dir dabei überlegt? Also Luft habe ich selber genäht und ja, ansonsten habe ich nur geguckt, was ich im Schrank noch habe und was dazu passt. Sehr cool, also hast du auch Design-Ambitionen? Ja. Definitiv. Der Schmuck ist auch sehr schön, äh, verrät's dir nur, wo du deine Hände hast. Äh, den habe ich vom Funkenmarkt, also das Teil und ähm, das und das habe ich meiner Mutter geschenkt für Erste. Ja, sehr schön, okay. Und wieso bist du auf der Fashion Week hier unterwegs in Zipiano? Ähm, weil ich bei Reda Lager-Stacken-Tonato und ja, deswegen habe ich wirklich gleich ins Kind von mir herzunehmen. Wie fiel dir die Show von Reda Lager? Ja. Ja? Ja? Was waren so deine Highlights von der Show? Ähm, also ich fand's das absolut klein mit dem tiefen guten Ausschnitt und dem High-Yank. Ja, okay. Was haben wir eigentlich jetzt mal? Ja. Und jetzt. Ich bin da, drin. Ich bin da, drin. Dass ich jetzt mal. Ja, das ist es. Ich bin da, drin. Ich bin ja, drin. Und das hat mich, wie ich gehört. Und ich bin da drin. Und ich bin ja. Oder blöd in ich Alma-Liter. Dann kann ich mich jetzt, wenn du ja strange, ich bin. Wie ist ja?